Wenn es noch weitere Diskussionen jetzt gibt, also ich hoffe natürlich auch, dass Fragen da sind, ganz viele Fragen, ich bin bereit, sie alle gerne zu beantworten. Also ich kann nicht versprechen, dass ich jede Frage beantworten kann. Ich bin natürlich keine Juristin, keine Professorin. Also ich bin eine kleine Sozialarbeiterin, ab freiwillig jetzt alles mir hier durchgearbeitet, mich da durchgearbeitet durch diesen Stoff. Also ich fühle mich einfach verpflichtet. Also für mich, nicht nur für mich, auch für euch, für die komplette, für die kommunistische Gemeinschaft. Also ich habe mich über diese ganzen Diskussionen so aufgeregt, die da stattgefunden haben. Ich habe gedacht, nein, das kann nicht sein. Und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, es ist, ich bin nicht dazu da, um zu sagen, so das ist negativ, das ist positiv, das ist ein Vorteil, was fehlt da, ich entscheide auch nicht, was braucht ihr, wenn ihr Zweifel habt, okay. Nein, aber ja.